Guten Tag, mein Name ist Thomas Schildhauer. Ich bin Wirtschaftsinformatiker und einer der designierten Direktoren des neu geplanten Instituts für Internet und Gesellschaft, hauptamtlich Professor für Electronic Business an der Universität der Künste in Berlin. Wie wir wissen, hat das Internet als Innovation schrittweise eine Industrie nach der anderen umgekrempelt. Und wir forschen hier schon relativ lange an dem Bereich der Musikwirtschaft und den Veränderungen durch die Digitalisierung. Wie die Erfindung des Buchdrucks der Dampfmaschine oder des Autos wird die Innovation Internet alle Bereiche der Gesellschaft berühren. Wer heute 13 ist, besitzt höchstens noch CDs mit Kinderliedern und hat vielleicht noch nie in seinem Leben einen physischen Brief geschrieben. Und wer heute 27 ist und studiert, wäre ohne das Internet nicht durch sein Studium gekommen. Wer heute 46 ist, der fährt morgens im Büro als erstes seinen Rechner hoch und kann kaum ohne sein Handy oder ohne ein Smartphone auskommen. Weil wir das Internet nutzen, ändern wir unser Verhalten und unsere Erwartungen. Und immer seltener werden jene alltäglichen Bereiche, in denen wir das Internet nicht nutzen. Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft und was lernen wir über den Weg, den das Internet nimmt? Mit dieser und verwandten Fragen werden wir uns im Institut für Internet und Gesellschaft beschäftigen. Meine besondere Aufgabe innerhalb des Instituts wird das Thema Innovation sein. Denn das Internet ist nicht nur dazu da, um Probleme zu lösen und neue Innovationen zu schaffen, sondern ist eine wichtige Plattform, auf der letztlich über das Internet auch neue Geschäftsmittele möglich werden und neue Formen der Zusammenarbeit geschaffen werden. Ein schönes Beispiel ist die von einem meiner ehemaligen Studenten gegründeten Open Innovation und Crowd Creation Plattform, Juvoto. Auf dieser Plattform sind mittlerweile mehr als 20.000 Kreative versammelt, die täglich Aufgaben an Aufgaben arbeiten, die einen hohen Grad an Innovativität und Kreativität verlangen. Dazu zählt zum Beispiel die Aufgabe, ein Haus für 300 Dollar zu entwerfen. Oder die Idee, dass wir insgesamt die unglaubliche Menge an Müll, also Millionen von Einwegbechern, die in Coffeeshops jährlich produziert werden, zu reduzieren. Oder auch die Frage, wie könnte ein weltweites Logo für Menschenrechte aussehen. Das Internet ermöglicht hier eine völlig neue, schnelle und einzigartige Weise der Gestaltung und Ideenentwicklung von Kreativen. Und die müssen nicht mal organisational miteinander verbunden sein, sondern es reicht, wenn die für spezielle Aufgaben über diese Internetplattformen temporär zusammenarbeiten, um dann letztlich auch gemeinsam neue Lösungen zu generieren. Und so verändert das Internet die Geschäftsmodelle ganzer Industrien. Gesellschaftliche Implantationen folgen. Ein weltweit akzeptierbares Logo für Menschenrechte kann kaum auf einem anderen Weg gearbeitet werden, denn das könnte man ja nicht irgendeiner Agentur in einem Land in Auftrag geben. Dem Individuum entstehen dadurch durch diese Form der Zusammenarbeit neue Möglichkeiten der Beschäftigung, der Vernetzung und schlussendlich auch der persönlichen Erfüllung in der Arbeit und in der Verbindung mit anderen Menschen. In Island, im politischen Bereich, entsteht derzeit eine neue Verfassung mithilfe von Crowdsourcing und Crowdvoting. Öffentliche Sitzungen werden im Internet übertragen. Die Entwürfe der Verfassung sind auf einer Webseite einsehbar und letztlich können sich die Menschen dann anschauen, was über Facebook und Twitter an Kommentaren kommen und interessierte Bürger können sich Beteiligungen, können Vorschläge kommentieren und diskutieren. Der fertige Gesetzentwurf soll dann zur Volksabstimmung gebracht werden. In diesem Zusammenhang gibt es auch Überlegungen von uns, dieses Phänomen für die wissenschaftliche Arbeit weiter zu öffnen unter dem Stichwort Open Science. Wir wollen versuchen, am Institut unsere eigene wissenschaftliche Arbeit zu öffnen und dazu verschiedene digitale Instrumente erproben. Es gibt da schon Beispiele. Auf der Open Innovation Plattform InnoCentive arbeiten schon jetzt 250.000 sogenannte Problem Solvers zusammen, viele von ihnen aus dem wissenschaftlichen Bereich. Und auf der anderen Seite werden wir uns ansehen, welche Innovationen wir letztlich rund um das Internet selbst brauchen, um es weiterhin für alle konstruktiv und nutzbar zu machen. Und hierbei freue ich mich insbesondere auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen, beispielsweise aus dem Bereich Privacy und Recht. Denn eine der wichtigen Fragen wird sein, wie mit den geistigen Eigentumsrechten und die Persönlichkeitsrechte der Individuen künftig umgegangen wird. Das betrifft neue gemeinsame Arbeitsprozesse, so wie ich sie eben am Beispiel der Zusammenarbeit auf der JOROTO-Plattform im Internet dargestellt habe. Und es stellt sich aber auch die Frage nach der Privatheit jedes Einzelnen. Wie stellen wir künftig sicher, dass jeder das Recht und die Möglichkeit hat, selbst zu bestimmen, wer welche Daten von uns im Internet verbreiten darf und kann? Das ist mein Beitrag zum Thema und ich freue mich mit Ihnen und mit meinen Kollegen auf den Austausch aus den anderen Disziplinen. Bis bald. Tschüss.